Ach Freunde, es reißt nicht ab. Wenn du die Seuche hast, hast du die Seuche. Es ist wirklich Wahnsinn. Ja, ich wollte eigentlich erst morgen wieder ein Video machen, aber die Umstände geben es gerade nicht anders her. Es gibt neue Updates und zwar nicht unbedingt positive. Unter anderem Max Finkräve oder allen voran eben er. Dann reden wir noch über Selke, Meiner, Jubicic, Kainz, Waldschmidt und ein bisschen über Trainingsformen und was auch der Coach Timo Schulz davon hält. Wenn euch das interessiert, bleibt gerne, gerne dran und da würde ich sagen, gehen wir auch direkt rein mit der wichtigsten Meldung. Max Finkräve, es hat sich jetzt bestätigt, ich hatte ja gestern das schon mal angerissen gehabt, aber ich war mir zu dem Zeitpunkt, weil es halt auch widersprüchliche Meldungen gab, nicht ganz sicher. Es ging um Rückenbeschwerden, weil er das ja in der Vergangenheit auch schon mal hatte. Wir gucken uns das gleich auch nochmal an, die Verletzungshistorie von ihm, habe ich nochmal rausgesucht. Da war jetzt nicht ganz klar, er hat ja pausiert schon, hat keine einzige Einheit gemacht. Ob das jetzt deswegen gemacht worden ist, weil er eben schon mal diese Vergangenheit mit den Rückenproblemen hat, um neuen Rückenbeschwerden vorzubeugen oder weil er tatsächlich jetzt schon wieder Rückenschmerzen hat. Das war jetzt nicht ganz klar. Jetzt ist aber rausgekommen, ja, er hat tatsächlich erneut Rückenbeschwerden und hat eben heute das Trainingslager verlassen, ist abgereist zurück nach Köln, um sich eben weiteren Untersuchungen zu unterziehen. Ob und wie lange er ausfällt, ist Stand jetzt offen. Drücken wir wirklich die Daumen, weil so Rückenbeschwerden in dem Sinne, das ist ja jetzt keine, wie soll ich sagen, klassische Verletzung. Ja, da muss man jetzt einfach mal abwarten, wie das eben da jetzt weitergeht, was dabei rauskommt. Und wenn man mal hier schaut, ich habe das hier nochmal rausgesucht, hier auf Transfermarkt, weil man ja auch überall liest, der hat da schon eine Vergangenheit mit. Das ist so, vergangene Rückrunde, hier steht das nochmal, 17.02.2023 letztes Jahr bis 21.04.2023 steht jetzt hier unbekannte Verletzung, ja, hat 63 Tage gefehlt, sieben Spiele verpasst. Das ist das aber, ne, es war, glaube ich, primär, wenn ich mich nicht ganz täusche, eine Sprunggelenksverletzung eigentlich, aber eben auch obendrein noch diese Rückenbeschwerden, Rückenprobleme, Schmerzen etc., dass er da eben fast letztes Jahr die komplette Rückrunde eben gefehlt hat. Das steht hier eben nochmal und das ist jetzt wohl wieder tatsächlich leider Gottes aufgebrochen. Also lasst uns alle mal die Daumen drücken, dass da jetzt nichts Schlimmeres oder Langwieriges, ja, passiert ist und er eben schnell wieder auf die Beine kommt. Das wünsche ich mir wahnsinnig, weil das wäre eine absolute Katastrophe, wenn wir jetzt längere Zeit auf Maxi Fingräfe verzichten müssen. Das nochmal kurz als Info dazu. Ja, ansonsten, nichts Neues bei Jubecic und meiner, die sind weiter krank, ja, da war es ja so, dass beide so Erkältungssymptome hatten oder einen grippalen Effekt trainieren, aber mittlerweile wieder individuell, ja, also gucken jetzt nicht mehr nur zu, ja. Hinzugekommen ist aber Davy Selke, der hat sich mit, wie es heißt, leichten Erkältungssymptomen komplett abgemeldet für heute. Ja, weiß auch nicht, was da passiert ist, entweder Jubecic und meiner haben ihn angesteckt oder er ist gestern einmal zu viel in den Pool gesprungen, weil bei 25 Grad, ja, das ist aber jetzt auch nicht so verdammt heiß, ne. Ach, ich habe keine Ahnung, es ist wirklich krass, ne, dass die sich da die ganze Zeit da irgendwie erkälten oder so, ist schon Wahnsinn, ne. Ja, naja, Luca Waldschmidt macht wieder Teile des Mannschaftstrainings mit, ja, da war ja auch noch offen, ob das diese Woche noch was gibt, ne, aber jetzt macht er zumindest Teile davon wieder mit. Florian Kainz ist ja jetzt auch angekommen, ich glaube, gestern Nachmittag irgendwann angekommen und das nochmal so kurz zum Personal so zusammengefasst. Ansonsten kann man noch sagen, was ganz interessant ist, es wird ja jetzt viel mit Ball gearbeitet, das hatte ich ja gestern schon und genau genommen wird dann eben so an Spielzügen gearbeitet, am Aufbauspiel und, was mir ganz wichtig war, also jetzt nicht, dass ich das irgendwie da eingereicht hätte oder so, das ganze Thema Umschaltsituation, ne. Das haben wir ja auch nach den Spielen immer in unserem Tratsch da thematisiert, ne, dass wir ja schon viele Gelegenheiten haben in einem Spiel, wo wir umschalten können, wo es dann aber meistens schon beim ersten Pass der Umschaltsituation oder wenn es um das Umschalten geht, das zu initiieren, das einzuleiten, da scheitert es ja schon, ne, weil wir dann da Fehlpässe spielen oder der Ball kommt irgendwie nicht an oder ist zu steil oder was auch immer und, ja, es ist auf jeden Fall sehr wichtig, dass daran ein bisschen gearbeitet wird, weil da lassen wir auch unglaublich viel liegen, viel Potenzial liegen, ne. Ja, ansonsten kann man sagen, das Trainerteam ist schon davon überzeugt, anders als noch unter Baumgart, dass man Länderspiele sehr wohl sinnvoll für eben jeweilige Varianten nutzen kann, das war ja unter Baumgart noch anders, ne, ich erinnere mich ja noch an so ein Zitat von ihm, das müsste letztes Jahr irgendwann, ich glaube, das war die erste Länderspielpause, wo er sagte, in Länderspielpausen sind so viele Spieler unterwegs, da kann man nichts Neues entwickeln oder da ist es nicht möglich, Neues zu entwickeln und da gab es dann auch immer so gerne so drei, vier Tage trainingsfrei, kein Nachtreten um Himmels Willen, ne, aber was ich einfach nur damit sagen will, dass das Trainerteam rund um Schulz, obwohl es ja eigentlich dasselbe ist, ne, also die Co-Trainer sind ja gleich, ne, also Schulz hat ja, glaube ich, jetzt auch niemanden mitgebracht, aber, na gut, sei es drum, ähm, die sehen das jetzt aber mittlerweile ein bisschen anders, dass man das eben sehr wohl nutzen kann, ob es jetzt am Ende des Tages was bringt, ja, das werden wir dann nächste Woche, ne, übernächstes Wochenende dann sehen in Augsburg, ja, das nochmal kurz und knapp zusammengefasst, wie das jetzt da aktuell aussieht und, äh, Mann, Gott, ey, da sind die Leute da wieder krank geworden, Max Finkräber, ach, das ist so scheiße, naja, wollte ich euch nur mitteilen, ich verlinke nochmal alles unten in der Videobeschreibung und wünsche euch trotzdem einen sonnigen Tag, ich versuche jetzt auch ein bisschen die Sonne zu genießen, haben wir uns auch verdient und, ja, bis dahin, ciao, ciao! Ciao!